Musik Die Haare waren früher etwas kurios, würde ich sagen, vom Haarschnitt her. Also den Prozess gegen den Friseur würde ich heute locker gewinnen. Im Grunde genommen bin ich für das Trainingslager, denn als Junkesel habe ich so einen regelmäßigen Tagesablauf. Der FC Bayern München schafft den Headtrick im Europapokal. Musik Hoeneß und Rummenigge. Tolles Tor, nochmal Stafette, Hoeneß-Rummenigge. Musik 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 Paul Breitner selbstverständlich dabei und der nach wie vor überragende Rummenigge. Musik Tor! Ist denn das die Möglichkeit? Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich als echtes Schlitzohr. Musik 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 Der Bundesliga werde ich mit absoluter Sicherheit verbunden bleiben. Atenzione, Rummenigge! Man lässt die ein oder anderen Haare, also sie werden etwas grauer, aber auf der anderen Seite, es gibt doch nichts Schönes als so ein Krimi zu erleben wie gestern Abend. Es hat 113 Jahre gedauert, bis wir hier alle fünf Pokale stattfinden. Meine Frau hat eben zu mir gesagt, ich hätte ausgesehen, als wenn ich meinen eigenen Söhne umarmt hätte. Das, was unser Trainer mit seinem Team dieses Jahr geleistet hat, ist großartig. Vielen Dank dafür, lieber Pep. Ich gebe zu, ich bin ein Stück verliebt in diese Mannschaft. Ich bin ein Stück verliebt. 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 Ich bin ein Stück verliebt.